Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze, wenn du den kommenden Tag in Angriff nimmst, wird sich deine angeborene Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu bewältigen, als unschätzbar erweisen. Du wirst mit Informationen überhäuft und könntest aufgefordert werden, deinen Wissensschatz weiterzugeben. Allerdings könntest du auf den Widerstand von jemandem stoßen, der eine überlegene Einstellung hat. Es ist wichtig zu erkennen, dass alte Methoden, die in der Vergangenheit gute Dienste geleistet haben, unter den aktuellen Umständen nicht mehr die besten sind. Mach dir Anpassungsfähigkeit und Innovation zu eigen, während du diese dynamische Situation meisterst. Im Laufe des Tages wirst du vor Energie strotzen, die reizvolle Erlebnisse verspricht. Der Abend birgt das Potenzial für körperliche oder sinnliche Aktivitäten, die dir Freude bereiten. Ob du nun tanzt oder ein köstliches Essen zubereitest, nimm die Gelegenheit wahr, dich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die deine Sinne ansprechen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die sinnliche Sphäre mehr als nur romantische Assoziationen umfasst. Nutze diese Energie, um deine Liebe zu den Menschen, die dir wichtig sind, direkt und einfach auszudrücken. Pflege gesunde, unkomplizierte körperliche Beziehungen, die deine Verbundenheit bekräftigen. Heute wird sich wahrscheinlich eine intensive psychische Verbindung mit jemandem in deinem Leben entwickeln, die tiefgreifend sein wird. Diese Verbindung könnte zu einem bedeutenden Durchbruch in deiner Arbeit oder deinen Projekten führen. Vertraue auf deinen Instinkt, wenn du die Einsichten und Ideen erforschst, die sich aus dieser kraftvollen Verbindung ergeben. Ein Gefühl der Harmonie könnte deinen Tag umhüllen, vor allem, wenn du dich vorher abgesprochen hast. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dich jemandem zu öffnen und deine Gefühle auszudrücken oder sogar in Erinnerungen zu schwelgen. Der Tag eignet sich gut, um Geschenke zu machen oder deine Zuneigung durch aufmerksame Gästen zu zeigen. Wenn du gerne in guter Gesellschaft bist, werden diese Momente einen unauslöschlichen Eindruck in deinem Gedächtnis hinterlassen. Auf der großen kosmischen Bühne bedeutet eine Ausrichtung der himmlischen Kräfte eine außergewöhnliche Gelegenheit. Dieses himmlische Ereignis markiert einen Wendepunkt auf deiner Reise und lädt dich dazu ein, deine Komfortzone zu verlassen und dich auf das rätselhafte Terrain des Unbekannten zu begeben. Wenn die Sterne ihren wohlwollenden Einfluss auf dich ausüben, wird sich deine Intuition entfalten und dich zu Türen führen, die geduldig auf deine Ankunft gewartet haben. Das ist kein Zufall, sondern eine kosmische Einladung, deine Träume in greifbare Realität zu verwandeln. Das Universum selbst ist zu deinen Gunsten ausgerichtet und ermutigt dich, diesen bemerkenswerten Moment zu ergreifen und einer Reise anzutreten, die Wachstum, Triumph und tiefe Erfüllung verspricht. Setze dein Vertrauen in die himmlischen Abmachungen, nähere deinen unerschütterlichen Glauben an dich selbst und wage den kühnen Sprung des Glaubens, denn das Schicksal begünstigt diejenigen, die es wagen, Konventionen zu brechen. In deinen persönlichen Beziehungen steht das Thema Kompromisse im Mittelpunkt. Trotz deines Stolzes musst du erkennen, dass du nicht alle Lasten allein tragen kannst. Wenn du deinen inneren Frieden für andere opferst, wird das nicht den Weg zur Lösung ebnen. Auch wenn es verlockend ist, Probleme unter den Teppich zu kehren, solltest du bedenken, dass dieser Ansatz nicht mit deinem eigentlichen Ziel übereinstimmt. Suche nach einem Gleichgewicht, das dein Wohlbefinden fördert und gleichzeitig harmonische Beziehungen unterstützt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kommende Tag dich dazu einlädt, deine Multitasking-Fähigkeiten einzusetzen, schütze. Sei anpassungsfähig, wenn du dich mit widersprüchlichen Informationen und Einstellungen auseinandersetzt. Nutze die Energie des Abends für vergnügliche Erfahrungen. Genieße tiefe psychische Verbindungen, die dir zu Durchbrüchen verhelfen. Genieße Momente der Harmonie und Verbundenheit mit deinen Liebsten. Auf kosmischer Ebene wartet eine transformative Gelegenheit auf dich, wage es, das Unbekannte zu umarmen. Finde in deinen Beziehungen Kompromisse, während du deinen inneren Frieden bewahrst. Das Universum richtet sich zu deinen Gunsten aus, höre auf seinen Ruf und begib dich mutig auf deine Reise. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Stäbe steht für Action, Abenteuer und eine kühne und leidenschaftliche Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Stäbe spüren kannst, die ein starkes Verlangen nach Aktion und einen Sinn für Abenteuer beinhaltet. Es bedeutet, dass du deine Ziele mit Begeisterung verfolgen und kühne Schritte in Richtung deiner Träume machen solltest. Der Ritter der Stäbe ermutigt dich, spontan zu sein und bei deinen Unternehmungen die Initiative zu ergreifen. Er erinnert dich daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und den Geist der Erkundung anzunehmen. Diese Karte lädt dich dazu ein, deinen Leidenschaften zu folgen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Zusammen mit dem Ritter der Stäbe haben wir die Hohepriesterin. Diese Karte steht für Intuition, innere Weisheit und eine Verbindung zum Unterbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Intuition anzapfen und nach Antworten aus deinem Inneren suchen musst. Die Hohepriesterin lädt dich ein, auf deine innere Stimme zu hören und deinen Instinkten zu vertrauen. Sie erinnert dich daran, auf deine Träume und Gefühle zu achten, denn sie können wertvolle Erkenntnisse enthalten. Diese Karte steht für eine Zeit des spirituellen Wachstums und das Potenzial für tiefes Verständnis. Der Ritter der Stäbe und die Hohepriesterin bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Stäbe betont Action und Abenteuer, während die Hohepriesterin die Bedeutung von Intuition und innerer Weisheit hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du dich mutig für deine Ziele einsetzt und deinen Leidenschaften folgst. Sei spontan und vertraue auf deine Fähigkeiten, während du neue Erfahrungen und Möglichkeiten ergreifst. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Hohepriesterin, indem du deine Intuition und innere Weisheit anzappst. Vertraue auf deine Instinkte und suche nach Antworten aus deinem Inneren. Achte auf deine Träume und Gefühle, denn sie können dir wertvolle Einsichten vermitteln. Diese Lesung steht für einen Tag der Aktion, der Intuition und des spirituellen Wachstums. Mach dir die Energie des Ritters der Stäbe zu eigen, indem du mutige Schritte in Richtung deiner Träume unternimmst. Nutze die transformativen Qualitäten der Hohepriesterin, wenn du auf deine innere Stimme hörst und nach einem tieferen Verständnis suchst. Denke daran, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und offen für neue Erfahrungen zu sein. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, wenn du durch den Tag gehst. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Stäbe und der Hohepriesterin kombinierst, kannst du den Tag mit Enthusiasmus, Intuition und dem Potenzial für sinnvolles Wachstum und Erkundung angehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!